Radio 1, das schöne Parkfest. Ja, ich habe Freunde mit Marion auch schon drüber gesprochen, dass du auch letztes Jahr schon, oder ich auch letztes Jahr schon da war. Und ich sowieso sehr, sehr beeindruckt bin jetzt auch, wie, das muss man echt sagen, es ist wirklich extrem voll. Wir haben es Montagabend und eigentlich eine ganz normale Sendung und es sind sehr, sehr, sehr viele Leute da. Und ich bin ja ein Freund von Traditionen auch. Dass er sagt, das ist jetzt das zweite Mal und es wird so eine kleine Tradition mit diesem Parkfest. Und bei diesen Traditionen dann auch gerne so ein bisschen historisch, sentimental auch werde. Und überlegt habe, wie war das denn letztes Jahr eigentlich? Worum ging es? Und einfach auch geguckt habe, was habe ich letztes Jahr gemacht, damit man sich auch erinnern kann, was war eigentlich letztes Jahr um diese Zeit so wichtig? Und ich weiß gar nicht, ob sich der eine oder andere noch daran erinnert. Ich habe dann gesehen, letztes Jahr zu dieser Zeit war sehr wichtig und habe ich auch eine Geschichte gemacht zum Flughafen. Das war nämlich da gewesen, die Eröffnung war geplatzt. Die wollten ja den Flughafen Berlin-Schönefeld, wollten sie eröffnen und das war dann gar nicht. Und oh, Riesengeschichte gewesen, Riesengeschichte gewesen. Ewe, nein und auch jetzt, also jetzt die Flughafenleitung hat ja gerade gesagt, sie würden jetzt gerne eröffnen im Herbst 2014. Wo aber Siemens und andere auch schon gesagt haben, maximal 2015, vielleicht auch 2016 oder vielleicht verschiedenste auf 2017 oder vielleicht auch auf Leipzig. Wobei ich persönlich ja eigentlich jemand bin, der immer, immer auch gesagt hat, auch damals schon, und das habe ich eben auch, an sich habe ich Verständnis, eben auch für die Flughafenbauer gehabt. Die ganze Zeit, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich diesen Flughafen hätte bauen müssen, mir hätte das auch passieren können. Ganz ehrlich, das ist, wenn ich Sachen baue, das ist auch oft nicht pünktlich fertig. Und auch oft, da ist nicht immer alles tipptopp und ideal und schön und so. Das ist ganz schnell, dass bei mir da auch was schief geht. Und ich fand eigentlich die Art und Weise, wie Sie damals damit umgegangen sind, das fand ich sehr schön. Auch sehr, sehr umsichtig, das hat mich auch sehr an mich erinnert. Weil, doch, weil es war ja alles fertig, es war alles vorbereitet. Also jetzt für die Eröffnung, als es da im Sommer 2012 eröffnet werden sollte, es waren alle Einladungen, waren verschickt, Catering, Hüpfburgen, war alles gemacht. Alles war, also außer dem Flughafen, aber sonst war alles fertig, alles gemacht, alles schön. Und dann, dass Sie trotzdem, obwohl alles schon vorbereitet war, trotzdem dann nochmal kurz bevor es losgeht, gesagt haben, Moment. Moment. Jetzt lass noch mal in Ruhe gucken, haben wir auch wirklich alles. Ist überall Brandschutz und so, haben wir überall ein Dach drauf. Weil das wäre nämlich noch viel, viel peinlicher geworden. Sehr viel, also natürlich, also wenn man dann irgendwie einfach eröffnet hätte und nach drei, vier Tagen guckt da einer hoch, kein Dach. Weil dann kannst du nicht mehr sagen, oh, sind nicht fertig geworden und so, hast geöffnet. Dann kommen die schlimmen Erklärungen, wo es richtig unangenehm wird, wo es einem auch peinlich wird. Wo dann so Sachen gesagt werden, ja, das ist so ein offenes Konzept. Das haben wir uns überlegt, eben weil es ja ein Flughafen und da dachten wir auch, dass das dann schön ist, so eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Dass das alles so offen ist, dass man schon beim Einchecken auch mal hochgucken kann und sagen, oh, Himmel, da bin ich gleich. Das ist ja schön, ist gerade frei, Gott sei Dank. Da freue ich mich schon. Und auch das ganze Brandschutzkonzept ist natürlich auf dieses kein Dach abgestimmt. Klar, es muss halt regnen. Dann hätte es ohne weiteres abgenommen werden können, also hätte gut an den Start gehen können. Nein, und deshalb war ich, ich hörte immer zu den Leuten, ich habe das ganze Jahr über eigentlich immer gesagt, lass die Mann, die sind mit dem Herzen dabei, die bauen ja auch. Und das wird schon, lass, gib ihnen doch ein bisschen Zeit. Es muss nicht immer alles hopp, hopp und so. Und irgendwann wird irgendwo irgendwie irgendwas eröffnet werden. Es ist nur immer irgendwann irgendwo irgendwas eröffnet worden. Bis zum Frühjahr. Bis dieses Jahr früher, als auf einmal die Meldung kam, dass der neue Flughafenchef... Hartmut Medorn. Das war für mich dann auch der Moment, wo ich dachte, oh, sie haben aufgegeben. Bein, es kann nicht mehr eröffnen, es ist vorbei, es war mal so ein Ludwig, wir könnten auch einen Flughafen haben, warum auch nicht. Aber, nein, Quatsch. Natürlich auch mit Medorn, es verschafft ihnen halt nur Zeit und eben, irgendwann werden sie irgendwo irgendwas eröffnen. Bestimmt, garantiert. Da bin ich fest von über... Man wird schon gar nicht mehr dran denken. Man wird es eigentlich vergessen haben, man wird irgendwann beim Frühstück sitzen, in der Zeitung lesen und auf einmal wird einer sagen, guck, jetzt haben sie es eröffnet. So was haben sie eröffnet. Hier, der Flughafen, zack, jetzt ist es eröffnet. Welcher Flughafen? Na, der Flughafen, weißt du doch, hat Opa doch immer von erzählt. Jetzt ist es eröffnet. Ach, der Flughafen, ach so. Ja, und machen sie das mit den Flugzeugen denn jetzt auch wieder und so? Ich meine, das ist ja doch eher eine Technologie aus dem letzten Jahrhundert, ne? Ne, das machen sie nicht mehr, das wäre ja umwelttechnisch völliger Wahnsinn, da wieder mit den Flugzeugen. Nein, nein, das werden sie nicht anfangen. Ne, das ist jetzt direkt Museum. Also da... Da waren sie jetzt wirklich mal schnell, direkt bei der Öffnung. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, wäre eigentlich eine Möglichkeit, das würde ich auch heute schon sehen. Das könnte man eigentlich auch heute schon sehr, sehr schön machen, da ein Museum draus, weil es gibt so viel zu sehen dort. So viel auch, was mich persönlich interessieren würde. Also wo auch ich eigentlich begeistert wäre, es ist ja jetzt nach dem neuesten Bericht 62.000 Mängel, da ist für jeden was dabei. Da ist für jeden, da findet jeder seinen Mangel. Und wo er sich auch... Also mein persönlicher Lieblingsmangel ist ja, ich weiß nicht, wer es mir geht, das sind nach wie vor diese Rolltreppen. Die finde ich sehr, sehr, sehr schön. Es gibt wohl zwischen den einzelnen Stockwerten, da im Abfertigungsgebäude, gibt es wohl tatsächlich Rolltreppen, die sind zu kurz. Es fehlt so ein Stück. Wo ich aussagen würde, das passiert. Ja, natürlich. Oh Gott, also bitte. Also wer schon mal gebaut hat und dem das noch nicht passiert ist. Also das ist so schnell. Wie willst du es denn machen? Also ich meine, so ein Zollstock hat nun mal nur zwei Meter. Wie soll es denn gehen? Also natürlich machst du irgendwann den Zollstock auf und dann bist du mit den zwei Metern fertig und dann musst du anhalten, ist klar. Und während du anhältst und den dann so hoch schiebst, da muss nur mal einer von hinten kommen und sagen, und willst du ein Bier? Ja, ja. Ist jetzt im Radio ungünstig. Aber wer kann schreien meine Zeichnung? Und das ist so schnell passiert. Also wem das noch nicht passiert ist, also es fehlt da praktisch genau eben so ein Stück, quasi eine Flasche Bier kann man sagen. Und wem das noch nicht passiert ist, der wäre für die erste Rolltreppe. Also beim besten Willen, ganz klar. Und da könnte man wirklich schön ein Museum draus machen. Oder eben dieser andere, mein anderer Lieblingsmangel, dass ja die ganze Nacht das Licht brennt. Wo ich viele Freunde habe, die sagen, soll mich mal lassen, ich krieg das aus, sollst du mal sehen. Das ist aber, wobei das ist ja nicht das Ziel. Sie wollen es ja so ausmachen, dass sie es auch wieder anmachen können. Aber auch da, ich glaube, es werden viele Leute begeistert und würden gerne das mal versuchen. Also da könnte man auch eine Challenge draus machen, wo es alle Weltleute mit eigenen Schaltern geben, um das Licht außen wieder anzumachen und so. Wo man hätte quasi einen Mitmachflughafen. Einen richtig schönen Mitmachflughafen, wo jeder ein bisschen mitmachen kann. Ein bisschen wie so ein Kinderbauernhof. Und alle mitmachen. Und das wäre, glaube ich, ganz toll. Wo auch viele begeistert wären, sich viele einbringen würden, viele Freude dran hätten. Und auch sagen würden, lass doch gar nicht eröffnen. Nein, wir wollen weiterbauen, jeder macht seine eigene Plakette dran und so. Also wo man eine vermeintliche Schwäche sehr schnell wieder an eine Stärke dann auch umbauen kann. Und dann auch im Umland, das ist ja so wichtig, im Umland wirklich eine große Sehenswürdigkeit über Jahre hätte. Und damit komme ich auch zu der Geschichte, die ich jetzt noch schnell lese. Wir haben es ja mitgekriegt, Frau Reimer vorhin da, die Intendantin, die auch ganz kurz nur sagte, dass es natürlich toll ist hier mit diesem Parkfest und so für Berlin und super und fantastisch. Aber Radio 1 ist natürlich ein Sender auch für Brandenburg, auch fürs Umland. Wir müssen auch mal. Und hat dann gefragt, ob nicht irgendwie. Und ich habe gesagt, aber hallo. Natürlich kann ich und wir können jetzt nicht ganz Brandenburg. Also ich, aber ich fange mal an mit Cottbus. In Cottbus an der Ecke Erichweinhardt Bahnhofstraße steht ein Mann vor der Kreuzung und wartet an der Ampel. Als es grün wird, gehe ich rüber, er bleibt stehen. Gehe gegenüber in den Kiosk. Als ich wieder rauskomme, steht er immer noch da. Mehrere Grünphasen müssen mittlerweile gewesen sein. Auch jetzt ist gerade wieder eine. Links und rechts drängen sich die Leute an ihm vorbei, aber er bleibt einfach stehen. Als ich auf dem Rückweg wieder an ihm vorbeikomme, spreche ich ihn an. Entschuldigung, aber gibt es einen Grund, weshalb Sie nicht bei Grün die Straße überqueren? Er schaut mich erschrocken an. Sagt, was nützt dem Wolf die Freiheit, wenn er das Schaf nicht fressen darf? Denke Gott, was frage ich ja auch. Er will gerade weitergehen, als er plötzlich ruft. Entschuldigung, aber Fluss durch Luzern mit fünf Buchstaben. Was? Fluss durch Luzern mit fünf Buchstaben. Ähm, Reus. Reus? Ja, Reus, wie der Fußballer. Welcher Fußballer? Marco Reus, Borussia Dortmund. Was hat denn das mit Luzern zu tun? Nichts, der Fluss heißt nur so. Welcher Fluss? Der durch Luzern. Ah, den suche ich. Wissen zufällig, wie der heißt. Reus. Wie der Fußballer. Ganz genau. Er holt ein Kreuzworträtsel raus. Schaut, sagt er, näher kann nicht sein. Das muss was mit fünf Buchstaben sein. Reus ist an sich mit fünf Buchstaben. Ja, aber nur, wenn man's auch so schreibt. Was? Außerdem haut das doch gar nicht hin. Das muss mit H anfangen. Er zeigt mir das Kurzworträtsel. Brauche einen Kurzmoment, aber dann erkenne ich das Problem. Ah, ah, oh ja, ich sehe schon. Das liegt daran, dass wir bei männlicher Hase haserig geschrieben haben. Es müsste aber Rammler heißen. Ich weiß, aber ich schreibe nicht gern solche Worte. Rammler schreibe ich nicht gern, weiß ich nicht. Also, boah, komm ich mir komisch mal vor, unangenehm hier. Da schreibe ich lieber haserig. Ja, aber denn er ist verkehrt. Ja, das ist mir wert. Es wird grün. Er drückt mir plötzlich das Kurzworträtsel in die Hand und rennt über die Kreuzung. Ich bleibe irritiert zurück. Es wird rot, dann grün, dann wieder rot. Jemand spricht mich an. Entschuldigung, aber gibt's einen Grund, weshalb sie nicht bei grün die Straße überqueren? Ich schaue, erschrocken, sage, Was nützt dem Wolf die Freiheit, wenn er das Schaf nicht fressen darf? Er lacht. Okay, kein Problem, der Fluss durch Luzern heißt Reus. Geben Sie mir einfach das Kurzworträtsel, ich übernehme dann für Sie. Können Sie weiter, mir bestimmt auch viel um die Ohren. Gebe es Ihnen und gehe langsam wieder meines Weges. Als ich schon viele Meter weiter bin, höchst plötzlich lautende mir rufen. Was nützt dem Wolf die Freiheit, wenn er das Schaf nicht fressen darf? Denke, meine Herren Cottbus, da ist doch immer was los. Das Radio 1 Parkfest.